Heute mache ich mal ein Video, das ein bisschen anders ist als sonst. Ich habe heute nämlich mal eine Frage an euch, die mir sehr häufig gestellt wird. Nämlich, woran merke ich oder woran habe ich gemerkt, dass ich aus meiner Derealisation raus bin? Es fällt mir oft schwer, diese Frage zu beantworten. Oder beziehungsweise meine Antwort, die ich bisher darauf gegeben habe, fällt, glaube ich, den Leuten meist schwer. Weil für mich war das eigentlich relativ eindeutig. Ich habe gemerkt, dass mir meine Umwelt wieder real vorkommt. Es hat sich alles wieder echt angefühlt, wenn ich das so gesehen habe. Es sah alles wieder richtig echt aus. Ich habe mich sehr nah wieder diesen ganzen Dingen gefühlt. Habe nicht mehr diese emotionale Distanz zu meiner Umwelt gehabt. Sie hat sich nicht mehr so angefühlt wie durch eine Glasscheibe. Sondern diese Distanz zur Umwelt war wieder weg. Das war für mich auch das Leitsymptom der Derealisation. Ich habe zwar gemerkt, dass irgendwas noch nicht so richtig hingehauen hat. Das habe ich auch schon mal in einem Video beschrieben. Das kann ich euch da gerne nochmal verlinken in der Infobox und unter dem Video. Für die, die das interessiert. Als ich in diesem Zwischenzustand war quasi. Aber da waren diese typischen Derealisationssymptome. Diese Distanz zur Umwelt. Das war für mich das Relevanteste von allem. Das war dann schon wieder weg. Und daran habe ich das für mich eigentlich sehr deutlich festgemacht. Dass die Umwelt wieder sehr nah bei mir war. Sehr präsent. Sich sehr real wieder angefühlt hat. Und ich mich sehr hier in dieser Realität gefühlt habe wieder. Auch wenn irgendwas noch nicht gestimmt hat. Aber das war für mich nicht mehr Derealisation. Sondern das waren noch so ein paar andere Symptome, die da eine Rolle gespielt haben. Aber vielen Leuten fällt das offensichtlich schwer, da irgendwie so den Unterschied zu spüren. Zwischen der Derealisation oder Depersonalisation und dem wieder richtig anfühlen der Realität. Der gewählten Realität, nenne ich sie jetzt immer mal gerne. Oder der Realität, für die man sich als Realität entschieden hat. Aber anderes Thema für ein anderes Video. Aber ich möchte heute mal, jetzt nachdem ich es auf meine Art beantwortet habe, woher ich den Unterschied so gespürt habe, oder woran ich das festgemacht habe, möchte ich mal, dass ihr mir oder den Leuten in die Kommentare schreibt, also die von euch, die es schon überwunden haben oder die schon eine Besserung erreicht haben, dass ihr mal den Leuten in die Kommentare schreibt, also hier unter dem Video, wie ihr das empfunden habt. Was für euch ausschlaggebend dafür war, dass ihr merkt, es wird besser. Oder jetzt ist die Derealisation oder Depersonalisation weg. Und dann kann ich nämlich dieses Video, wenn mir diese Frage gestellt wird, nehmen und kann auf die Kommentare in diesem Video verweisen. So habe ich mir das nämlich gedacht. Dann hat man zum einen die Antwort von mir im Video, wie ich das empfinde. Und auch diese ganzen anderen Sichten, weil ich das Gefühl habe, dass es bei mir sich ein bisschen anders angefühlt hat, oder für mich es sich anders angefühlt hat, als für viele Leute. Oder ich sage mal so, viele Leute können damit anscheinend nicht sich so identifizieren, wie sich diese Besserung für mich angefühlt hat. Weil für mich war das recht klar, die typischen Symptome sind weg. Daran habe ich gemerkt, es ist vorbei. Und das scheint aber, also das lese ich auch und höre das auch von einigen Leuten, aber eben es ist sehr auffällig, dass das nicht alle so deutlich beschreiben für sich. Und mal gucken, ob ihr da überhaupt andere Erfahrungen gemacht habt oder was habt, oder was da drunter schreibt unter das Video. Vielleicht fühlt es sich für euch ja auch gleich an, wie bei mir. Aber schauen wir mal, schauen wir mal, was da so für Informationen landen. Und schon mal im Vorfeld Dankeschön für die Informationen. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, und tan death! tsdl tsd tsd Vielen Dank.